Herzlich willkommen bei der Maro-Genossenschaft. Maro, miteinander, aber richtig organisiert. Und bei unserem heutigen Thema, dem Maro-Bewohner-Prozess, spielen die Worte miteinander und richtig organisiert auch eine große Rolle. Mein Name ist Gertrud Bahnholzer und ich bin Beauftragte für soziale Innovationen und Aktivismus bei der Maro. Wenn wir vom Bewohner-Prozess sprechen, ist ein weiteres Wort in diesem Zusammenhang sehr wichtig, die Bewohner treffen. Und damit aus vielen unterschiedlichen Richtungen ein gemeinsamer Weg wird, begleiten wir in einem praxisorientierten Verfahren die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner in den neu entstehenden Projekten und das über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren beim Aufbau der Hausgemeinschaft. Das nennen wir Bewohner-Prozess. Und da werden alle wichtigen Themen zum Aufbau, Gestaltung und zur Umsetzung der Hausgemeinschaft auf Basis des Maro-Haus-Konzepts in sogenannten Bewohner-Treffen besprochen. Das heißt, das sind Veranstaltungen, die alle ein bis zwei Monate, sei es online oder in Präsenz, stattfinden. Im Bewohner-Prozess orientieren sich unsere Themen an den drei Bereichen, die auch im Hauskonzept beschrieben sind. Das ist die Hausbewirtschaftung, das Gemeinschaftsleben und der Kontakt. Konkrete Themen, die wir in den einzelnen Bereichen bearbeiten, sind beispielsweise in der Hausbewirtschaftung, die Hausorganisation, also was braucht es an Verantwortlichen, wie ist das Haus organisiert, oder das Thema Hausbewirtschaftungsplan, was braucht es an Arbeiten, die in Selbstverwaltung und Eigeninitiative erledigt werden müssen, wie die Betriebskosten von den Bewohnern erledigt werden können, oder auch wie kann Geld gespart werden, bezogen auf die Betriebskostenabrechnung. Im Gemeinschaftsleben sind es Themen, beispielsweise wie Entscheidungsverfahren, Beschlussfassung, weil nach Einzug gibt es immer wieder viele Beschlüsse und Entscheidungen, die zu fassen sind. Wie soll der Raum, der für alle zur Verfügung steht, der Gemeinschaftsraum ausgestattet und genutzt werden, oder wie geht man mit Konflikten um, als Beispiele für Themen im Bewohnerprozess. Und im Bereich Kontakt ist ein wichtiges Thema während dem Bewohnerprozess die Maro Cloud. Darauf gehe ich später noch ein. Und über unsere Standardthemen hinaus haben wir auch vertiefende Themen, wie beispielsweise Schulungen für unsere Haussprecherinnen und Haussprecher oder Schulungen der Verantwortlichen für die Hausbewirtschaftung, ebenso wie Einführung unserer relevanten Arbeitsgruppen, die sich während dem Bewohnerprozess schon bilden und aktiv werden. Je nach Bedarf schulen wir auch kleinere Gruppen während dem Bewohnerprozess dann weiter. Darüber hinaus gibt es klassische Präsenzthemen im Bewohnerprozess. Das heißt, wir von Maro organisieren beispielsweise eine Veranstaltung, in der wir die Werte der Hausgemeinschaft gemeinsam erarbeiten. Die Bemusterung ist ein klassisches Thema für eine Präsenzveranstaltung. Von den Bewohnern selbst werden beispielsweise die Arbeitsgruppentreffen organisiert und Aktionen und Begegnungen wie Biergartenbesuche, Kinderausflüge, Wandernachmittage, Weihnachtsfeiern, was auch immer. Hier werden die Bewohnerinnen und Bewohner lange vor Einzug oft schon sehr aktiv. Und damit alles gut klappt, legen wir sehr viel Wert auf eine gute Kommunikation im Bewohnerprozess. Und hier haben wir die Maro Cloud. Und in der Maro Cloud gibt es drei Bereiche, welche die Kommunikation sicherstellen. Einmal haben wir den Bereich Nextcloud. Hier haben wir während dieser zwei Jahre die Möglichkeit, die gesamte Dokumentenablage abzulegen. Alle Dokumente, alles, was für die Entstehung der Hausgemeinschaft, für den Einzug wichtig ist. Wir haben ein Tool, das sogenannte Jitsi. Hier treffen wir uns online und über dieses Doodle Tool können wir Termine und Umfragen mit den Bewohnern, Bewohnerinnen machen. Das heißt, dieses Tool Maro Cloud steht nicht nur während dem Bewohnerprozess, sondern auch danach zur Verfügung. Und die Arbeitsweise im Bewohnerprozess ist bunt. Wir haben Online-Termine, wir treffen uns in Präsenz, wir arbeiten mit Fragebögen, es gibt Abstimmungen und Beschlussfassungen und natürlich viele Aktionen und Aktivitäten. Wir sind die Genossenschaft, die sich für mehr Generationen wohnen und nachbarschaftliches miteinander einsetzt. Dafür bauen wir Häuser und begleiten das Zusammenwachsen der Mietergemeinschaft. Und damit dies alles gut und reibungslos gelingt, haben wir den Bewohnerprozess entwickelt. An dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.